Wir sind in Space. Guckt euch das den Scheiß hier an. Wir sind im Space. Wie dem auch sei. Ich bin Charizard1905 und das ist Bomberman's The Second Attack. 64 natürlich. Und wir haben das letzte Mal, sind wir Epic abgegangen. Und zwar voll durch die Mitte. Und jetzt geht's weiter. Ja, wo will ich hin? Ich will... Ich gehe in den Skyplaneten. Äh, ja. Da gehe ich hin. Multilag. Äh. Geht das mal bis beiseite. Dankeschön. Hä, wieso ist mein Schiff jetzt auf einmal... Das war so schön schwarz. Wieso ist das jetzt so... Pomy? I'm going to eat you. Pomy hasst wirklich Höhen. Pomy hat Angst. Ähm... Slips and Drops. Ja, was auch immer. Ach, leck mich doch. Never walked. Du musst aufpassen und sicher sein, dass du nicht... Dass wir nicht runterfallen. Natürlich! Okay, was haben wir hier? Wir haben hier ein Arsch voll... What the... New, new, something... Irgendwas ist mit Pomy passiert. Mew, mew, mew. Wow. Wow. Warte auf! Ist schon wieder ein Ei, das Teil. Was zur Hölle? Hä? Es ist digitiert. Was zur... Äh, what the... Was bist du denn? Es war eine Collector des Schwenz. Was? The food you collect. Ach, ich muss da... Knuckle-Type. Ah. Achso. Je nachdem... Dazu ist dieses Futter da. Das Futter, was ich sammle, das, ähm, sorgt dafür, dass sich Pomy entwickelt. Ne, wie geil. Oh Gott, das lag grad wie sonst was. Pomy? Oder... Äh, oh ne, das will ich garantiert nicht haben. Ah, das Ding rastet ja aus. Was ist das für ein Vogelstrauß? Oder was auch immer. Pomy? Herkommen. Töten. Töten. Oh, gekehle. Los, los, Pomy. Angriff. Pomy. Pomy Attack. Nein. Pomy. Das hat Pomy runtergeprügelt. Gehst du mal her? Geht das kaputt? Ja. Speed up. Sehr nett. Okay, du auch. Nein! Warte, warte, ich bin eigentlich genau hier in der Mitte. Das trifft mich eigentlich da. Scheiß, wie? Hä? Around all there. I don't know something. Sieht aus wie etwas, wo du was reintun kannst. Okay. Ich stehe nicht so darauf, Sachen irgendwo reinzutun. Geht kaputt. Pomy ist voll aggressiv. Oh, 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 oh. Ja, oh Gott, was mache ich denn? Kirschen! Ähm. War der hier? Soll ich hier was rein tun? Du, du. Du bist ja immer noch nicht tot. Sorry, Pomy. Das musste sein. Ähm. Ich gehe einfach mal hier lang. Mal gucken, was wir hier... Was uns hier... Oh mein Gott. Ich kann ja keine Bomben mehr kicken. Stimmt ja. Sorry. Ah, nein. Böse. Heck. Schlange. Was? Was, 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 was? Was, 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 was? Nein! Warte. Oh Gott. Ich passe heute nicht auf, ey. Heute ist nicht mein Tag. Ich bin zu satt. Ich hab mich vorhin zu voll gefressen. Wieso hab ich mich zu satt gefressen? Sag mir, du blöder Bomben, Geist oder was du auch immer bist. Stirb. Yes! Erdbeere. Strawberry. Fuck, Strawberry. Ah! Leck mich doch, ey. Okay. Krieg ich das hier irgendwie... Some kind of writing. Eine Inschrift. It is seeked off as the wall through needs rest two blue souls. Ähm. Floor of sleep, one alive. The cake is alive! What does it all mean? Two blue souls, floor of sleep? I don't know. I destroy. Ich zerstöre nur. Ich rätsel nicht. Ich zerstöre. Bomi mitkommen. Aber ich geh mal strikt davon aus, dass denn... Oh, aufpassen. Pay attention. Hiiii. Cherries. Cherries. Perfekt. Cherries blossom. Oh. Okay. Ich geh zuerst hier längst. Das scheint mir nämlich definitiv sympathischer. Ähm. Speed up. Oh, Speed. Speed up. Ah, oh mein Gott, oh. God, don't break. Oh Gott, scheiße. Nein. Omi. Du wirst nicht getroffen, denn dich hab ich lieb. Wow, was zur... Was zur Hölle hab ich da aufgehoben? Ähm, was ist das, was ich jetzt hier hab? Ist das jeder... Ist das ein Unterschied, irgendwas? Passiert da jetzt noch? Irgendwie macht das Ding mehr Schaden, hab ich so das Stumpfe gefühlt. Ähm, sind das Schalter oder sowas? Ne, keine Schalter. Ist das... Ähm, kann ich die Bombe da reinkippen? Ja, klar nicht. Aber bringt's was? Ne, bringt mir nichts. Und ich wette, wenn ich da runter springe, bin ich tot. Ähm. Ich trau mich nicht, da runter zu springen. Ey. Geh da runter. Ah, ich hab das Feuer da unten gesehen. Das ist der Tod. Ich hab's genau gesehen. Also, leckt mich. Ich geh dann den Weg hier. Ich hab andere Wege, die ich gehen kann. Ich muss nicht euren Weg gehen. Geh doch weg. Geh weg, du. Kann ich mich irgendwie... Nein. Motherfuck. Was nu? Of course, continue. Stupid question. Dumme Frage. Ich geh wieder hier lang. Da... Jetzt übe ich Rache aus. Jetzt ist hier... Sub, Ben, du's da. Was zum... Du, Kleiner... Los, Knuckle, Pomy! Kill! Los, Knuckle, Pomy! Kill! Kill! Nein! Knuckle, Pomy! Oh Gott, oh Gott. Dude, dich kenn ich. Missgeburt, ey, hier. Was ist das? Butter! Ey, hier. Ey, sag mal, hast du sie nicht mehr alle? Ich schwör... Spacko! Okay. You wanna play? Play damit. Geh hoch, geh hoch. Los, Knuckle! Nein! Du schmeißt mich noch mal vor. Ja, was willst du nur machen, ja? Ja, Arschloch. Wie kannst du's wagen, mein Pomy anzugreifen? Haha. Hier. Motherfucker. Okay, ganz vorsichtig. Ich ju... Okay. So knapp. So was machen wir nicht noch mal. Jedenfalls nicht am... Oh, was war Fleisch oder so? Nein, ich muss hier so stehen. Okay. Yeah! Aberglove! Okay, noch ein bisschen haben wir Zeit. Okay. Da ist jemand! Lauf doch! Kann ich das nicht... Kann ich das nicht... Wieso kann ich das nicht auf Digitalpads? Auf Steuerkreuz. Das würde ich viel lieber machen. Ey, Nö, komm schon! Oh, Mann! Was soll das denn jetzt? You know what? I gonna rush this. Oh, oh. Okay, Russian tech click. Lass das bleiben! Hau da halt nicht. Sterne. Points for me! Jetzt einfach... Nein, sag mir nicht. Ich muss alle Gegner töten. Homie! Ha! Der ist auch tot. Der ist runtergefallen. Hab's genau gesehen. Oh Gott, ey. Ich bin jetzt... Oh, beahe, vorsichtig. So. Gut. Jetzt... Passiert mir so ein Scheiß nicht noch mal. Da! Frister Schlange. Burn. Roast it. Ähm, das will ich ja auch nicht so. Und stirbt. Ja! Nein! Das will ich nicht haben. Oh, nein. Au! Bastard. Ähm. Aber weißt du was? Hier. Ich hab noch... Boing! 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 Nein! Oh Gott. Shit. Hehehehe. Äh. Da ist auf jeden Fall... Alter! Ich schwör euch! Ja, ich schwör euch zu. Spam! Oh. Einfach geklaut. Hehehe. Okay. A blue jewel. Oh, no. I have to just figure out where it belongs. Weißer weh! Ich war nicht! Ah! Runtergefallen! Ah! 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 Leck mich! Leck mich! Moins! Moin points! Ähm. Komm ich da irgendwie hoch? Oder? Ah! Ne! Ich hab doch... Aua! Nein! Nein! Wieso bin ich so doof? Wieso? Ähm... Mann! Ich will da... Ist da überhaupt was? Genau. Ich geh hier so... Ich mach so... Ich mach so tun... Und jetzt macht's die Boom tun... Und da ist nicht mal was... Jetzt könnt ihr schon wieder schreien, Leute. Ich könnt schreien! Ich könnt schreien und irgendwas töten. Oh Gott. Ich glaub, mein Multileg will mir... Ah! Jetzt verarscht der mich. I'm getting sick of this. Das ist jetzt... Episode full of fail! Das war... Eine Episode... Full of fail! Wir sehen uns in der nächsten Episode, Leute. See ya! Euer Shadowsome!